Yo Homies, was geht und willkommen zurück zu GTA 5, es geht weiter, den letzten Part anschauen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wir machen jetzt mit Michael die nächste Solomon Mission, wir wollen ja im Filmbusiness ein bisschen aufsteigen und ja, ich könnte zwar auch die Hauptmission weitermachen, aber Solomon soll ja auch nochmal dran sein und das fand ich, wäre ganz cool. Oh, das werde ich. Erledige Rocco, das werde ich tun. Ihr Wichser, vergreift sich an älteren Männern. So, komm zurück. Komm nur her. Na, wenn ich nicht selber so scheiße fahren würde. Ich will einfach nur einen Reifen von dem Platz schießen, aber vorher erstmal das Radio auch ändern. So, komm her Rocco. Jawohl, ich glaube einen Reifen habe ich getroffen. Okay, einen habe ich. Aber weit wird Rocco nicht kommen. Hallo. Haha. So. Das habe ich erledigt. Ich hoffe, du hast die Mauer schön geküsst. Okay. Ich bin nur ein Paraplegiker, aber du kannst du nichts fühlst. Ah, du hast mir einen Rumprunner. Aber, äh, zu sprechen von accidenten, die Leute hatten einen. Oh, wenn wir uns 20 Jahre alt haben, Michael, vielleicht wäre ich nicht in diese Verkaufung. Ja, du und ich beide, brother. Look, es ist ein Schmerz, ich weiß, aber... Aber kannst du jetzt nach dem Studio kommen? Ich habe etwas, ich möchte euch zeigen. Ach so, ja. Ach so, ja. Ja, natürlich, ich werde gleich überraschen. Alles klar, ach so, ich muss das annehmen. War ich nicht gewohnt, dass man sowas machen muss. So. Auf ins Studio zurück. Einfach die Schranke umfahren. Was ist das Schmerz? So. Komm in. Komm in. Danke, danke, danke. Turns out, maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh, oh, fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. Ha, ha, ha. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, Baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Alles klar. Okay, das war's schon, die Ballade von Rocco. Alles klar. So, ähm. Das bedeutet, wir können jetzt eigentlich zu Lester gehen. Ich dachte, das wäre jetzt eine längere Mission, die wir machen müssten, aber anscheinend nicht. So, wir haben jetzt hier zwei. Ich gucke auch gerade mal, wir haben zwei. Trevor, Mission, Fremde und Freaks und zwei Franklin. Und da oben ist noch... Ah, ja, nee, drei eigentlich mit Trevor. Okay. Alles klar, das wollte ich nochmal kurz, äh, wissen. So. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal zu, äh... zu Lester. Weil der hat ja auch was Wichtiges für uns. Wir sind ja erst bei fünf Minuten. Also, das war jetzt wirklich nicht lange. Aber ich glaube, dass mit Solomon noch was kommen wird. Der wollte ja noch was, äh, uns zeigen. Ähm. Mir hat auch ein Freund, äh, hat mir erzählt, dass da was ziemlich Witziges noch kommen wird. Ähm. Von daher denke ich da, dass da auf jeden Fall noch was passieren wird. Aber ich denke mal, das werden wir ja rausfinden, wenn dann irgendwann Solomon anrufen wird. Ähm. Der wird uns dann ja sicherlich sagen, was wir tun sollen. Und jetzt geht es erstmal zu Lester. Weil, ähm... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was wir noch ein Problem... Was noch für ein Problem momentan ist, ist ja, ähm... Dass wir immer noch das Geld nicht haben. Von dem einen Typen, von Devin. Der uns ja hat die Autos besorgen lassen, aber... Das ich dann dachte, ne, ich hau mit dem Geld einfach ab. Das war immer so klar. Hat die ganze Zeit davon gefasst, ihr kriegt euer Geld, ihr kriegt euer Geld, ihr kriegt euer Geld. Ja, und... Im Endeffekt Arschlecken. Gar nichts haben wir gesehen. Außer seine Sekretärin. So. Ich denke mal, wir müssen hier rein. Oh, Lester. Hallöchen. Just enjoying a little labor dispute. See, we're about to do something really, really bad. So I need to present myself as a proper textile magnet. So you stop making anything? Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. Jesus. What about you? Oh. Pocken, Trevor. We're having some problems. Brad. Yeah, what else? Anyway, the Union Depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Thank God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend, Steve? He's on his way up. Yeah, they're up here. Listen. Listen, this shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisureware off your back. And if we don't? Then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. I've heard it all before. Not like this you haven't. Has he briefed you? Oh, why, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all going to fry. Because the agency's on to us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. I think I'm a liar, a cheater, some kind of a killer and a thief. So? So, there's some evidence, and I need you guys to find out what they know. All right, so what? You want Lester here to hack into the system, wipe it all clean? Oh, no, no, that will not work. The only way to access it is through your buildings. Fuck me. Michael, you'd be doing me a very big favor. And if you do this, I will make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey! It's the last thing we do, and we're done. Period. Of course. I'm a man of my word. Dave, let's go! With your wine, it's pretty soon to get out of the way. Come on, Lester, let's go. Good luck, gentlemen. Take us to the FIB building, parking lot entrance. All right. All right. My stoßstange will then in the course of the time of the trip too soon. All right. So, you got any idea how we'll do this? Scope it out? Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No, 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 no. We're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right. And how's that gonna get us in? Well, the janitors are all on temp contracts. They get replaced when their backs go, or they ask for a day off. So, we... Ach, Leute, kommt schon. Okay. They're a particular guy? I'm in the temp company's database right now. I found a guy about to clock off. I've got the file here. Let me see. Harvey Molina, license plate 83 QSL 722. We'll follow him. Warum fallen mir die Autos immer in den Geheg? Das ist so nervig. Turn around and face the garage entrance. Here we are. Let's wait for him. Something's coming. Not our guy. So, what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. That's it? That's not it. So, what do we do? Oh, what can we do? We do the job. And maybe you can delete the files when you're inside, doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. I think now we're going to get the next car. Oh, what's this? This is not the car we're looking for. Schade. It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well, that spur won't be there for the crew. I'm going to ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Polito score. We need something. Yeah, see what you can do. Hmm, could it be that? There she is. Ah, it's going to go. Stay behind him, but don't let him see you. Keine Sorge. Werd ich schon nicht. What's going to happen, when this guy gets wherever he's going? He's going to get his Severance package. Hmm, I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Ich bleibe jetzt einfach mal ganz hinten. Eigentlich sehe ich aus wie ein normales Auto. Naja, außer, dass ich halb kaputt bin. Aber, naja, man weiß ja nie, wenn man jetzt ganz vorne steht, er hat dich entdeckt. Obwohl, ich glaube eher, wenn man jetzt den rammt oder so, dann entdeckt er einen. Weil ansonsten wäre jetzt ziemlich unlogisch, wenn ich hinter dem wäre und der mich entdeckt, weil ich bin ja wie ein normales Auto. Ja, es ist Arbeit-related. Ja, well, ich würde all-hands-on-deck right now, wenn es okay ist mit dir. Gott, du bist besser als mein son. Wenn du in die FIB's West Coast headquarters wirst du mehr als ein Janitor's License-Plate-Nummer brauchst. Und lass mich auf ein paar Angeln während du, äh, keep das Auto hinter dem, in-between diese White-Line. Das ist es. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. Yo, wie nah fährt der mir denn auf? Naja, okay, oder wie weit halte ich Abstand zum vorderen, aber okay. Ich sprach gerade mit Agent Haynes. Wir haben das Budget, um das auszulassen. Gut. Alter, wie lange sind da noch? Und meine Güte. Oh, jetzt halt doch nicht an, nur weil er rot ist. Oh, Mann. Also, wenn der LKM weiter auffährt, ne? Komm schon. So, wenigstens ein bisschen Musik. Ja, der LKM schließt echt immer auf. Sobald ich nenne, guck mal, seht ihr das? Hättet ihr mal einen Schritt nach vorne. Oh, ohne Witz, ne? Geht doch endlich. Ha, der LKM muss warten. Mann, die Grünphase ist aber echt lange. Meine Güte, neben dem könnte ich her sprinten und ich würde den noch einholen. Geht doch endlich. Soll ich jetzt zu dem, oder? Und wo gehst du denn, Kollege? Und wo gehst du denn, Kollege? Ach, du gehst halt die Treppen hoch, okay. Okay. Und wo gehst du denn? Ja, du gehst halt die Treppen hoch. Füll deine Pocken mit Geld und alles, was du tun musst, ist, ein kleines Vakationen zu nehmen. Hey, ich arbeite zwei Jobs, Mann. Ich nehme jeden Freude, die ich kann. Hey, willst du das Bier? Nein, ich nehme nur die Überraschungen. Oh, und deine ID. Was ist da? Oh, und Harvey. Ich muss wahrscheinlich nicht sagen, das zu sagen. Aber du spielst nicht? Ich werde mich geholfen, was ich wirklich nicht machen will. Enjoy your Bier. Wir haben immerhin unsere Sachen bekommen. Easy going. Successful? Oh, ja. Wir müssen zurück in mein Büro gehen. Das war einfach. Ich glaube, du warst richtig. Steve Haynes ist ein verdammter Boss. Hey, ich habe mich geholfen, während du da warst. Er kommt, um uns zu treffen. Ja, huh? Was brauchen wir ihn für? Gruntwork. Information-Gathering. Was information? Die Pläne für den Office. Es gibt keine digitalen Kopie, oder wenn es gibt, ich bin nicht clever genug zu finden. Der Architekt ist LS-Base, also ich dachte, Frank könnte ihn mitnehmen und nehmen eine Hard-Copy. Das ist kompliziert. Du bist sicher, dass du diese Pläne brauchst? Ja, ich mache. Wenn ich ein paar Hundert Millionen Dollar verabschiedetze. Millions? Das war so viel. Regierungskontrakte. Leisens für Stil. Ah, er ist bereits hier. Ah, er ist bereits hier. Steve-Fuckin-Haines. Natürlich ist es Steve-Fuckin-Haines. Es ist immer Steve-Haines. Das ist nicht wahr. Es ist Steve-Haines, oder Trevor, oder seine Familie. Es ist immer einer von ihnen. Ja, das ist wahr. Es ist immer einer von ihnen. Ich bin ein Fattel-Fuck mit einem Horrible-Familien und sogar schlimmeren Freunde. Ich habe gesagt, Frank, ich bin ein guter Role-Modell. Ja, was auch. Es ist entweder das oder Dillen Dime-Bags. Die Bullets kommen kracken an deinen Schein. Ja, danke. Wir müssen wissen, was das FIB-Bus. A Weakness oder A Weigh-In. Next time, ich meet ein Morley-Destitute, totally delusional, highly corrupt government-Agent. Ich hoffe, er ist ein guter. Man, ich bin nicht in der Mothafucka bei mir. Nein, nein, nein. Niemand ist in. Wir müssen ein Recon machen. Wir brauchen ein bisschen mehr Informationen. Schi. Ich brauche die Architekturale Plans. Aber sie sind nicht online, sowohl. Ich brauche die Papiere. Die Architekturale Name ist Chip Peterson. Das war das erste große Kommission. Und die Office ist in Backlot-City. All right. Franklin, du sagst ihn für ein bisschen, und dann wir reden. All right, dawg. Ich habe dich. Try nicht zu schmerzen. Oh, gut, gut, gut. Alles klar. Ich glaube, damit haben wir die Mission auch bestanden. Super. Und ich sehe gerade, wir sind auch wieder bei 18 Minuten angekommen. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, ich beende hier diesen Part über einen Daumen noch um. Würde ich mich wie immer freuen. Und demnächst machen wir dann weiter mit der nächsten Hauptmission. Bis dahin. Adios, amigos. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.